Howdy Leute, euer Miftaka hier und heute gibt es das nächste Build Video, diesmal der Titan. Manche haben es gestern schon im Stream gesehen, ja ich bin auch in dem neuen Dungeon da mit drin gewesen. Ich war heute auch schon solo drin, ersten beiden Bosse mit diesem Build, First Try Flawless, ohne Probleme. Dann allerdings in der Sprungpassage hintergestorben, beim Endboss auch nochmal gestorben, da muss ich noch ein bisschen gucken wie ich es mache. Aber das Build ist wirklich extrem stark und vor allem es ist extrem simpel, weil diesmal werde ich auch nicht hintendran irgendwie nochmal ein Gameplay Loop erklären oder sowas, weil es gibt nur eine Sache, die ihr machen müsst, knallt alles weg, was euch vor die Flinte läuft. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, extrem simpel, aber es ist wirklich stark mit dem Rework von diesem Exo dieses Season und wie immer ein bisschen Gameplay. Dann quatschen wir gleich darüber, wie ihr das Ganze spielen müsst und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay Leute, so ganz kurz bevor wir aber ins Build gehen, möchte ich euch eben daran erinnern, bei Holy ist wieder die Weihnachtszeit, ja und da gibt es wieder Flavor, die es natürlich nur zu dieser Jahreszeit gibt. Jetzt erstmal neu, ja es gibt den Winterpunsch als Eistee Variante und der Bratapfel Energy ist wieder da, ja auch sehr geile Geschmacksrichtung, der ist auf jeden Fall jetzt wieder verfügbar und dann bekommt ihr noch hier ab 40 Euro Bestellwert zum Beispiel schon die Tasse dazu. Hier ist eine Gusseisentasse, die habe ich auch vom letzten Jahr noch mit einem anderen Look, aber auch ein sehr, sehr cooles Goodie und bei 80 Euro kriegt ihr dann auch hier die tolle Holy Kugel dazu, wer das Ganze möchte. Wie immer könnt ihr mich da unterstützen, wie immer könnt ihr mich da unterstützen, mit dem Code MIFTI spart ihr immer 10% bei eurer Bestellung und ansonsten mit dem Code MIFTI5 spart ihr 5 Euro beim Erstkauf. Vielen, vielen Dank. Und wir gehen rein ins Bild. So, was haben wir? Exo, kostbare Narben. Weberg bekommen diese Season. Wir können jetzt easy Wiederherstellung mal eins damit triggern. Und zwar Todesstöße mit Waffen, deren Schadenstyp deiner Fokusenergie entspricht, erzeugen um dich herum eine Heilungswelle, die verbündeten Wiederherstellung gewährt. Euch selber aber auch. Jetzt ist natürlich der Punkt, ich zeige euch hier ein Solarbild, weil ich einfach Solar am sinnigsten finde, weil wir auch easy über Solar die Wiederherstellung dann weiter verlängern können auf 12 Sekunden. Aber ihr könnt das natürlich auch mit anderen Foki spielen, ja. Das heißt, ich habe auch zu Arcus 3.0 schon mal ein Arcus Builder mitgebaut. Da hat es das Rework aber noch nicht gehabt, ist natürlich jetzt noch besser. Ihr könnt auch Strange spielen, ja, wo ihr dann quasi Wiederherstellung triggern könnt und ihr habt dann noch geflochtene Panzerungen für die 55% oder es sind glaube ich mittlerweile nur noch 45% oder sowas. Schadensreduktion. Ihr habt da ein paar Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt hier aber heute Solar. Nur habt das auf dem Schirm. Ihr könnt natürlich auch andere Fokusbäume damit spielen, ja. So, nachdem du eine Wiederbelebung vorgenommen hast oder selbst wiederbelebt wurdest, erhältst du eine Aura, die dir und deinen Verbündeten in der Nähe ein Überschild gewährt, ja. Das ist halt fürs Teamplay. Ansonsten, wenn ihr Solo spielt, ist natürlich hier oben das Relevante und zwar Todesstöße mit Waffen, die unserem Fokus entsprechen, geben uns Wiederherstellung. Und da ist natürlich das sehr sinnig hier auf Solar. Ich zeige euch eben den Solarbaum, dann gucken wir gleich mal ganz kurz wegen den Waffen, weil wir über Solar halt easy verlängern können. So, ich habe jetzt hier die Turmhoherbarrikade. Normalerweise nehme ich die kleine, einfach wegen der kürzeren Abklingzeit. Ich habe die jetzt aber zum Beispiel hier für die Solo Flawless Twice im Dungeon für den zweiten Boss, für den Ogre. Ja, wenn ihr dann unter der Fackel steht, könnt ihr die vor euch stellen und dann kann er euch nicht runterschubsen. Das heißt, ihr seid da relativ safe, ja. Ansonsten könntet ihr auch die kleine nehmen. Wir haben den Wurfhammer auf jeden Fall, weil auch wenn er jetzt 1,4 Sekunden Abklingzeit hat, um ihn wieder aufheben zu können, beziehungsweise wieder schmeißen zu können. Erstens können wir damit easy Sol Invictus hochstecken, ja, und Sonnenflecken machen. Wenn wir den werfen und wieder aufheben, dann bekommen wir auch nochmal Heilmittel, ja. Das heißt, wir bekommen nochmal einen kurzen Burst Heal. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier den Wurfhammer zu spielen. Und wir können darüber, das ist wichtig, weil das ist hier gerade unsere einzige Damagefähigkeit, weil zum Beispiel für den Dungeon spielen wir mit der Heilgranate. Hiermit könnt ihr dann den Artefakt-Mod revitalisierende Explosion triggern. Weil wenn du Schaden mit einer Solarfähigkeit verursachst, schwächst du Champions und Bosse für kurze Zeit. 15-prozentiger Debuff ist also, wenn ihr Solo unterwegs seid, gerade für den Dungeon wichtig. So, bei den Granaten hier die heilende Granate für das Solo-Play, ja, oder wo ihr Survivability braucht. Ansonsten in den meisten Content habe ich hier die Fusionsgranate gespielt, ja, wo ist sie? Hier, damit schwächt ihr dann wiederum auch die Gegner und ihr habt nochmal ein bisschen extra Damage. Aber gerade wenn ihr Solo unterwegs seid oder ihr braucht einfach nochmal zwischendurch dieses, ich sag mal, diesen Notfallplan, wenn die Wiederherstellung da gerade nicht hinterherkommt, eben eine Heilgranate auf den Boden, gebt euch nochmal einen dicken Heilschub. Und deswegen würde ich gerade für Solo Flawless Twice oder sowas hier auf jeden Fall die Heilgranate spielen. So, tosende Flamme als Aspekt, Todesstöße durch Solarfähigkeiten oder Entzündungen, ja, gerade hier, Wurfhammer, könnt ihr mal easy schnell kleine Gegner mit wegpöllern, erhöhen den Schaden deiner Solarfähigkeiten dreimal stapelbar, ja, das heißt, damit stackt ihr einfach den Damage von dem Hammer auch hoch. Und Sol Invictus, auf jeden Fall solltet ihr das dabei haben. Solarfähigkeiten, Todesstöße, Hammer von Soltreffer und das Besiegen von versenkten Zielen erzeugen Sonnenflecken. Und wiederum Sonnenflecken, wenn wir unten lesen, wenden Versenken an und verursachen dem Ziel darin Schaden, ja. Das heißt, das ist so ein Kreislauf. Und das Betreten eines Sonnenflecks wendet Wiederherstellung an. Auch da haben wir nochmal die Notfallvariante. Einfach in den Sonnenfleck rein, Wiederherstellung triggern. Wenn ihr dann rausgeht und Wiederherstellung ist ausgelaufen und ihr geht nochmal erneut in den Sonnenfleck rein, bekommt ihr auch direkt die Wiederherstellung wieder aufgefrischt. So, bei den Fragmenten. Glutes versenkst, Klassenfähigkeit lädt schneller auf, wenn du Ziele versenkst. Wir versenken Ziele mit unseren Sonnenflecken. Das heißt, das passiert sehr oft, weil wir den Hammer ja auch immer mal zwischendurch schmeißen. Das heißt, dadurch ist die Barrikade schneller wieder da. Dann Glutes im Pyrianas. Solarwaffen oder Fähigkeiten Todesstöße erhöhen die Dauer der auf dich angewendeten Wiederherstellung und Strahleneffekte. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Die Wiederherstellung wird verlängert. Das ist ein Must-Have. Das müsst ihr auf jeden Fall dabei haben. Dann Gluter Fackeln. Aufgelahrene Nahkampfangriffe machen uns strahlend. Ja, über das Artefakt gucken wir uns gleich an. Können wir uns auch strahlend machen. Aber gerade, wenn ihr irgendwie bei einem Boss seid, wo keine Ätzungen dringend herum sind oder sowas, eben kurz den Hammer werfen. Einmal gibt euch das Strahlen, die 25% mehr Damage und den 15%igen Debuff über den Artefakt-Mod. Also das würde ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Und Glutes Toastes. Auf dich angewandte Strahlen und Wiederherstellungseffekte halten länger an. Das ist einfach dafür da, dass für die erste Wiederherstellung, die wir bekommen, die ist dann einfach ein bisschen länger und so haben wir mehr Zeit, um das Ganze zu verlängern. Das ist optional. Da könntet ihr auch was anderes reinnehmen. Ich finde aber, das ist hier so schon eine sehr sinnige Kombination und so seid ihr auf jeden Fall nicht irgendwie unter Druck und könnt das ganz entspannt easy runterspielen. So, das ist der Baum. Bei den Stats auf jeden Fall 100 Belastbarkeit. Jetzt für die volle Schadensresistenz von 30%. Danach würde ich auf Disziplin gehen. Einfach für die, entweder für die Damage-Granate oder für die Heil-Granate. Stärke ist nicht so wichtig, weil wir den Wurfhammer spielen und den können wir ja wieder aufheben. Wenn er dann mal weg ist, ja, dann ist das halt so. Aber grundsätzlich Belastbarkeit, Disziplin und dann Erholung, gerade wenn ihr jetzt den Dungeon solo macht oder sowas. So, bei den Waffen. Zum Beispiel jetzt erste Loadout für den ersten Boss im Dungeon. Habe ich hier Dürresammler, Sauli und Fürsorger. Fürsorger hier mit unablässigen Treffer und umzingelt, ja. Ist sehr, sehr gut. Ist ein easy vier Phasen-Ding. Wenn ihr das alles vernünftig macht, braucht ihr euch gar nicht stressen. Irgendwie mit Strand, mit Huckel, Melee, Huckel, Melee, Huckel, Melee. Damit geht es natürlich etwas schneller. Aber das ist hier die sichere Variante. Grundsätzlich, ihr solltet natürlich Solarwaffen spielen mit dem Build, ja. Macht Sinn, weil über Solarwaffen, Todesstöße können wir das Ganze verlängern. Das heißt, Fluch von Sauli. Sunshot ist das, was ich beim zweiten Boss und beim dritten Boss spiele. Empfehle ich euch auch mit Sonnenschuss. Könnt ihr mit dem Dingern einfach nicht sterben, weil ihr so schnell killt mit Sonnenschuss. Ihr generiert schneller Super dadurch, weil es eine Exoprimary ist. Ihr macht mehr Heavy dadurch und so weiter und so fort. Tikus geht, Kalus Mini-Werkzeug geht, Vex geht, Taraba geht, ja. Also ihr könnt einiges damit spielen. Tommys geht, ja. Habt ihr auch ein bisschen im kurzen Gameplay gesehen. Also das ist auf jeden Fall das, was ihr nehmen solltet. Und ihr könnt auch eine BXR nehmen, ja. Wenn ihr euch mit einem Impulsgewehr wohler fühlt. Aber ihr solltet auf jeden Fall eine Solarenergiewaffe mitnehmen. Heavys nehmt ihr das dann, was ihr gerade braucht. Da macht es natürlich auch Sinn, wenn ihr irgendwie was mit Solar dabei habt. Ja, aber ansonsten seid ihr da erstmal freigestellt. Und genauso im Kinetik-Slot. Ob ihr jetzt eine Riptide noch mit dazu nehmt beim Boss oder eine Sniper. Wie auch immer. So, gucken wir uns die Mods an. Wir haben einen harmonischen Seifen dabei. Ja, das ist einmal für die Solarwaffen. Zwei schnelle Kills machen eine Sphäre. Und ein Kinetik-Seifen ist jetzt in dem Fall hier wegen dem Dürresammler. Der macht dann halt auch mal eben schnell eine Sphäre. Dann habe ich hier einen schweren Munitionsfeinder drin. Wenn ich jetzt Content spiele, wo ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich Heavy-Munition bekomme. Dann würde ich hier wahrscheinlich dann zugepackt reinnehmen. Weil ihr oftmals Kills macht mit dem Hammer. Der gibt euch dann natürlich noch schneller Super-Energie hier drüber. So, dann gucken wir auf den Handschuhen. Haben wir auf jeden Fall. Ich habe immer einen harmonischen Lader dabei. Also einen Solarlader. Weil wir eigentlich durchgehend mit Solarwaffen spielen. Dadurch können die halt schneller nachladen. Dann habe ich Detonationsschub. Ja, gibt uns Ability für die Barrikade. Wenn wir Schaden mit einer Granate bewirken. Ist jetzt in dem Fall nicht relevant. Weil wir die Heilgranate drin haben. Und Einschachtseduktion. Schaden mit einem aufgeladenen Nahkampfangriff zu verursachen. Reduziert die Granatenabklingzeit. Das heißt, wir haben die Heilgranate schneller wieder da. Ich kann euch das Ganze auch hier mal eben umswitchen. Das heißt, ihr könntet hier dann noch reinnehmen. Zum Beispiel das. Fokusangriff. Da müsst ihr halt je nachdem anpassen. Ob ihr gerade eine Damagegranate spielt. Oder eine Heilgranate. Ich speichere euch das Ganze so ab. Mit der Heilgranate. Ja, ihr macht dann einfach eine Damagegranate rein. Und wechselt diesen Mod dann. So. Auf der Brust haben wir einfach die Schadensresistenzen. Die wir brauchen. Auf den Stiefeln haben wir zweimal eine Solarwaffenwoge. Gibt uns 17% mehr Damage für unsere Solarwaffen. Und schon besser. Gesundheit regeneriert sich. Sobald wir Sphären aufheben. Wir machen relativ viele Sphären. Dann gerade mit der Sunshot. Oder mit einer anderen Solarwaffe. Und dadurch haben wir nochmal extra Heal. Ja, gerade jetzt für den Solo-Try. Ist das ganz nice. Und auf dem Klassengegenstand. Zeitausdehnung. Sorgt einfach dafür, dass unsere Rüstungsladungen länger anhalten. Und wir so länger die Rüstungsladung für unsere Solarwaffenwogen haben. Umgebungsschutz. Ich sage es immer wieder. Ein ganz, ganz wichtiger und geiler Mod. Weil dadurch könnt ihr euch im Notfall auch mal retten. Weil wenn ihr finischt, bekommt ihr ein Überschild. Und das hält wirklich so viel aus, dass ihr erstmal safe seid. Und mächtige Anziehung. Wenn wir die Klassenfähigkeit benutzen. Ja, das heißt unsere Barrikade. Werden alle Sphären in der Nähe aufgesaugt. Und so bekommen wir unsere Sphären eingesammelt. Für unsere Rüstungsladung. Für die Solarwaffenwogen. Ja, das ist im Endeffekt das Bild. Ich kann es euch nur empfehlen. Dimmlik ist wie immer dann in der Beschreibung. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Wie gesagt, Dungeon war damit easy going. Nur beim Endboss. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Aber das liegt nicht an dem Bild hier. Sondern eher so, wie ich mich da anstelle. Aber ich denke, ich hatte da auch schon ein paar Damage-Phase und sowas. Aber ich habe es dann hinterher verkackt. Aber ja, da werde ich auch noch einen Weg finden. Und das war es im Endeffekt. So. Ja, als nächstes müssen wir mal gucken, ob ich vielleicht so ein kleines Dungeon-Review mache. Weil ich fand den Dungeon sehr geil. Vielleicht kann man auch mal ein paar lobende Worte sagen. Aber da weiß ich noch nicht ganz genau. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Schönen Start in die Woche. Und in dem Sinne viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.